Willkommen zurück zu Schönenjahrs Let's Plays und Kingdom Hearts Burst by Sleep. Wir haben zuletzt die Disneystadt fertig gemacht und wollen uns nun zum Olymp begeben. Oh, die Kinder sind nicht schuldig. Hey, was du da? Ich habe gesagt, ich bin Book Solid. Und N-O spelt Spaghetti. Und wer in Helikonosis sind Sie? Sie sehen Sie, ich bin busy? Hey, Phil! Ich bin alle auf! Phil! Alright, Heard, ich verstehe. Nun, Sie halten es schon? Aha! Schön. Sie sind glücklich, oder? Sie verabschiede ich. Okay. Fess up. Ich habe gefragt, und jeder sagt, du bist der Typ. Der Trainer der Heros. Die Heros-Hieros? Wirklich? Du kannst das teachieren? Natürlich kannst du. Komm schon, Phil, bitte. Ich möchte wirklich ein Heros sein. Wir haben das. Ich habe zwei Worte für dich. Student-Teacher-Ratio. 1, 2, 3. Ich habe schon meine Hände mit diesem. Komm schon, Herc. Ich bin Low-Maintenance. Ich versuchte. Unburst. Monsters, hm? Hey, Phil! Schau dir das. Ich zeige dir, was ich gemacht habe. Und ich werde auch helfen. Ich sage das nicht. ostoig-Dorpen. Das funktioniert. Es war so, wenn ich mit dem Problem, ich schaufte mich nicht. Ichsehe, wann ich mich verabschiede, 5-Drumber-Geräusche. 2, 3, 4. So, alle zusammen. Oh, da hat eine Kiste geworfen. Oh, da liegt ein Item. Krass. Man merkt sofort, dass ich mir gerade zwei Item, zweimal, äh, wie heißt das, Glücksbonus gemacht habe. Oh, aber die Item, die machen gut Schaden. Und Vitra auf Level 3. Und da liegt schon wieder ein Item. Jetzt kommt es zu oft. Das ist ja lustig. Ich habe die Attacke, glaube ich, nie benutzt. Geschafft. Bam. Oh, schade. Hat er mir den Kill weggenommen. Schon wieder, ihr Schweine. Geschafft. Und allerlei Sachen dazu. Oh, da hat ein Item, was jetzt weg ist. Schöne Konto auf jeden Fall, oder? Selbst wenn die verwirrt sind, kann ich da nicht ran vermitteln. Ach, schöner Attackel. Leider kann man es ja nicht ganz steuern. Konto ist böse stark. Schöne Konto. Schöne Konto. Schöne Konto. Geschafft. Okay, change your plans. The games are coming up, so I'm gonna watch both of your matches, then I'll decide which of you rookies I wanna train. Sweet! Thank you, thank you! I'm gonna go sign up right now! The games, huh? Sounds fun! Sorry, Keir, Captain Eager there just took the last spot. I don't understand. Phil, I thought you were my trainer. You wanna be a true hero Hurt? Then you're gonna have to go out there and show me that everything I taught you so far is gonna pay off. But Phil... Oh, and no more training sessions for a while. Wouldn't be fair if I helped you and not him. Hey, cheer up! See, you gotta fight a couple of matches, no big deal. I'm Ventus. You want me to help you train? You'd really do that for me? Sure. Thanks, Ventus. I'm Hercules. Herc for short. Just call me, then. You're gonna do fine. Thanks. I'm gonna head over to the Colosseum and warm up. Meet me in the vestibule, okay? Okay? Das Colosseum... Äh, das Turnier... Das muss ja jetzt... Eigentlich zeitgleich sein. Kein Item? Ja! Ah! 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 Ja, ha! Ja, ha! Ja! Oh! Ha! Ja! Ja! Ist ja nur Training, sollte ja nichts passieren. Ach das! Haben wir das nicht auch gegen Herr gemacht? Ja! 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 Na toll! Ja! 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 Hmm. Machen wir nochmal, weil, keine Ahnung, mehr kommt der jetzt hier halt nicht. Ah, jetzt geht's auch zwei Minuten. Aua, was war das dann? Das Fass ist wahrscheinlich explodiert. So, noch eine Minute. Ja, wir haben jetzt doppelt so viel wie er. Das werden wir doch schaffen. Ich habe mich zwar selbst getroffen, aber trotzdem auch ganz viele andere kaputt gemacht. Deckgröße gestiegen, 198. Ah, man muss das machen. Du bist ein wahrer Heroin, oder? Mehr als alles. Vach, mein Vater ist Zeus, der König der Gottes, auf Olympus. Whoa! Herc, du bist ein Gott? Nein, nein, ich bin mortal. Als ich ein Baby war, jemanden mich von meinen Eltern aus und herausfordert, wie ich meine Gott-Hüttchen weggebracht habe. Und diese true Heroin-Thing? Das ist die einzige Weise, dass ich wieder ein Gott-Hüttchen bin bin. Wenn ich ein true Heroin-Hüttchen bin, kann ich wiederholen meinen Vater und zurückkommen zu Olympus. Wow! Ich glaube, du hast wirklich deine Arbeit gemacht, für dich. Aber was für dich? Wie ist das hier? Ich... Ich versuche nur ein paar Freunde zu machen. Ich versuche nur ein paar Freunde. Na, hey, du hast das schon gemacht. Huh? Komm, wir sind Freunde, nicht? Du hast es, Herc. Gut, du Junge von Erk. Es ist Zeit, wenn wir über die Regeln des Spiels, also hören, alle matchen sind in zwei Räten, eine für den East und eine für den Westen. Die Winters von jedem Bracken gehen hin- und hin- und hin- in der Championship-Match. Ich schreibe euch zwei für den Westen, weil sie bereits einen Hütten-Kontender haben, hier in der East Bracken. Und wenn du sie möchtest, musst du in den Hustlen gehen. Jetzt bebe ich diese Sandel. Hütten-Kontender? Dann! Komm schon! Okay! Aber Terra hat er doch hier, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, und es ist alles dankbar zu dir, Ven. Gut, der andere Kind wird glücklich zu hören. Nein, ich brauche dich zuerst, Phil. Wie werde ich noch ein Heroin werden? Hm, bei der Zeit hast du es geschafft. Wer gewinnt. Kein hartes Gefühl. Natürlich nicht. Bezüge ein Hustlen würde nicht sehr Heroin sein. Hey, einfach zu erinnern. Du bist noch ein Heroin nicht. Ja. 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 Nein. Das ist ja ja noch sehr. ruhig. Ja. Ich habe ja doch noch was zu tun. Von der Zeit sind wir auch schon drüber, aber den Bosskampf mache ich jetzt noch, aber. 아. Wenn ich jetzt speichere und die nächste Folge anfange, dann mache ich den Bosskampf 8 Minuten oder so und dann habe ich eine angerissene Folge und weiß nicht wohin. Titan! Achso. Du wirst nicht über mich kommen. Witzig, dass ich die bei jedem Charakter besiege. Herc, was ist mit deinem Spiel? Vergiss das Spiel. Keine Chance, dass ich meinen Freund alleine kämpfen kann, weil ich ein Hörer bin. Ich meine, ich werde ein. Komm, wir haben das zusammengefasst. Mhm, zu zweit. Das erklärt doch, warum er nicht im Kolosseum war, als Terra da war und mit bzw. gegen Zac gekämpft hat. Und ich hake nach unten und gucke, dabei sind die Gegner oben. Das geht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gotcha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ben, du bereitst du? Come on. Load. Ja, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. See ya. Ben, du bereitst du? Komm schon! Bereit? Komm schon! Der Kampf ist irgendwie total billig. Bereit? Komm schon! Geschafft! Obwohl er noch ganz viele waren eigentlich. Keine drei Minuten gedauert. Hey, endlich Luftgrätscher! Ja. Also, du hast beide den Kampf? Wer gewinnen? Ich bin zuerst, also nicht ich. Ja, aber ich war nur zwei Minuten hinter dir. Still. Hey! Ich habe nie gesagt, dass ich gewinnen würde. All ich gesagt habe war, dass ich den Kampf und dann entscheiden würde. Ich bin zuerst. Ich bin ein Heroin, mehr als nur Muscle. Du musst dir das Herz und sich über die Leute interessieren. Und sicher, wir beide haben das hochwertig. Aber diese Zeit nur ein von euch interessiert genug. Und das macht all die Unterschiede. Dann das bedeutet... Oh, Mann! Ich bin so knapp. Ja, das ist Leben. Ich bin so knapp. Ich habe mich nicht wirklich in der Zeit. Der Name Zack. Herzlichen Dank, Herc. Danke, Zack. Ja, wir sehen uns, ob du immer dankbar bist, wenn ich mit dir bin. Du hast einen langen Weg vor dir. Hey, nicht mehr aus. Ich habe noch viele große Tränen, um mit meinem Lousy Glück zu gehen. Okay, sei ehrlich. Du wirst wirklich nicht stopt, Herc zu trainieren, warst du? Na, natürlich nicht. Ich weiß, dass das Kind wird die distance gehen. Aber er war in der Runde. Er hat nur ein bisschen... Incentive. Das ist Ventus, oder? Ja, Dank an dich, Herc hier ist wirklich aufgewachsen. Ich habe dich. Ja, ich bin glücklich. Ich habe einen wirklich guten Freund. Ich habe jemanden mit, jemanden, mitzunehmen. Wie Terra und Aqua. Wir werden alles aufbauen. Du bist weg? Ja. Meine Reise ist noch nicht vorbei. Aber du kannst, nicht wahr? Ich stehe nach, wenn du ein wahrer Hero bist. Ich stehe nach, wenn ich und ihn sind beide Heroin. Oh. Du meinst, dass du nie wieder zurückkommst? Hey, schau es! Du kannst jetzt zu Zack einen Dimensionslink herstellen. Helden-Embleme halten. Ein Schlüsselschwert mit hohem Attackwert und hohem Schaden bei kritischen Treffern. Na gut. Wir sind wieder auf der Weltkarte und bei 22 Minuten. Ich mach erstmal einen Break und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.